Jojojo leute und hallo herzlich willkommen jetzt heute auf der Rocket Leech zusammen mit Tjark und inzwischen Tiddy Hallo Und da ist unser erstes Tor Nicht ganz Aber war schön Und das hat der auch gerade gemeint Ich wollte schon sagen, da ist unser erstes Tor Aber nicht ganz Aber Mittelfeld passt Yes Babadio Der war doch schön Aber er hat mich da weggerampt, er wollte mich wirklich gegrampt Und du hast ihn schon in die Ecke gehaut Gefällt dir Ja Hat er wieder, der versucht mich sogar zu zerstören, aber ich höre immer seinen Motor von hinten kommen Dann springe ich einfach rückwärts weiter drüber Kann nicht Oh, da kam der Englischmann wieder durch Ja So Ähm, ihr müsst euch auch ein bisschen daran gewöhnen Wir spielen jetzt im englischen Team, wie ihr wahrscheinlich in den Dings-Videos schon gesehen habt Entweder bei den Livestreams von BASIC Oder eben, ähm, bei den Upload-Videos, dass wir jetzt da ja im Klan sehen Oder hier, ROSO Rocket Soccer Wir haben eigentlich alles Mögliche dabei Ich glaube wir haben sogar Saudi-Arabier mit dem Team Also das ist echt Uns kann man international lernen Ups, sorry, hab dich nicht gesehen Kein Problem Vielleicht bin ich nicht zu spät Ich hab noch zweimal aufs Tor schießen können Oh Oh Oh, die stehen hier aber auch Ja, wir führen aber auch Natürlich stehen die Oh, das ist ja nicht gut Das ist ja gar nicht gut Jetzt haben wir leider kassiert Was? Oh mein Gott Wie schlecht kann man sein Jetzt kriegst du ein Gegentor Das gönne ich dir jetzt so sehr Oh Das war so ein schöner Pass Was zur Hölle hast du schon wieder hinter mir getan? Ich war nicht hinter dir, ich bin dann umgedreht Ja, ich hab das gesehen Das ist ja genau im falschen Moment, dass du umgedreht hast Das heißt, so ein schöner Pass an dich Das klauen wir dir nicht Doch Der wäre gekleert worden Aber ich hab nicht meinen Torschuss dafür bekommen Also schau mal, wie schön ich den gekleert habe Okay, wenn man mit so viel Skill cleert, dann darf man das Mit Doppel Nitro und Flip in der Mitte, okay? Ach Und inzwischen mein neuer Anstoß gefällt mir auch sehr gut Lass mich Okay Ich wusste, dass ich nicht auf den Gegner kommt und da fahr ich lieber zum Block Oh Oh ne Das war meine Parade Das auch Nein Los, fahr schneller Das sah aus, ich hab dein Auto schon mal gesehen als meins Los, ich wollte dich so vorschubsen noch hier Hast du gesehen, ich hab dich auch so leicht angeschoben Ja Ey, wo meine Paraden sind inzwischen so echt geil, finde ich So rückwärts hoch springen und nach oben fliegen Das hab ich früher immer gesehen, aber hab ich immer gesagt, weil die Leute so ein Götter Und inzwischen mach ich das halt so, ja, probier mal halt mal, ne Besser ist es einfach reinfliegen lassen und dann halte ich die halt in 50% der Fälle auch noch solche Dinge Fahr weg Fahr weg Ja, du hast auch mal das so komische Lackdinger, wo du so von der Seite voll reinfliegst Keiner sieht dich oder auch immer, wo ist denn das Ding raus, wo jeder schon mit dem Tor abgeschlossen hatte Oh nicht gut Ich bekomme glaube ich mittlerweile mehr Glanzparaden als anderes Oh, der könnte drin sein Jo, ist er auch Nicht klauen Ging nicht War so langsam Der war nämlich so ein Götter an Distanzschuss über ganz der Feld OMFG This game on my fucking guard Wusste ich Ja, wusstest du Ähm, naja Ja, fang ich wieder an mit dem Trick Losfahren da Ja, dann fällst du wieder, ganz gedrückt Was machst du denn da gerade? Ja, ich warte auf den Schuss Weil ich wäre niemals vor dem rangekommen Aber er hat genau in die Ecke geschossen, wo ich nicht hinkomme Bei dem ist ein Schuss, der war ja auch so vorzuahnen Was zur Hölle Damit rechnet doch keiner Okay Lass mich mal fahren Okay Machst du den, oder? Kommt drauf an, wo der den jetzt hinschießt Ich hätte ihn gehabt, wenn er aufs Tor gegangen wäre Der ist drüber Ah Sehr schön Oh Okay Oh oh Ich glaube ich habe den Beißer abgefälscht, wie er es nicht wollte Ich glaube, hab ich, hab ich, hab ich Sehr schön Sehr schön Ah, es war halb schön Geh weg Sehr schön Garde Sorry Wir haben es beide Du hast die, du hast den Luftball und ich habe den Befreiung geschlagen Sorry, den habe ich scheiße gespielt Ich habe gerade wieder vorwärts und rückwärts gedrückt Ich glaube, er bleibt dann das Auto stehen Oh, Schiller, fast Ich wollte da eigentlich nicht passen, ich wollte den rein machen Oh, der war jetzt nicht sehr schön gecleat Oh mein Gott Aber die haben auch null Aim, die beiden Achtung Ja Ah, okay Ah, das haben wir geworben Also die hatten echt null Aim Ich weiß nicht, ich glaub drei oder viermal haben sie gegen Pfosten getroffen. Also ein Schossi. Ja, das ist doch so. Machen wir mal lügen. Das ist mein Eindruck dieses Spiels gewesen. Ich weiß nicht. So, Julio und Finn Lein. Schaut, ob die mehr können. Hoffentlich nicht. Sehr schön. Und ist drin. Jetzt kommt von dem wieder ein Schuss, wo wir glauben, der ist drin. Den halt dann ich, ne? Das Spiel kann man schon aus der letzten Runde. Ah, ich hätte gehabt beim Runterfallen. Ah, jetzt hast du mich überspielt. Ah, sorry. Ich wusste nicht, wie das du da bist. Ja, natürlich bin ich da. Schaut, den hätte ich beim Runterfallen auch. Ja, beim Runterfallen hätte ich ihn gehabt, wenn du mich nicht abgefallen hättest. Und da hast du mich überspielt. Den hätte ich ihn gehabt. Glaub mir. Warum meinst du nur hab ich so komische Flugdinger gemacht? Dann bin ich noch irgendwer in den Ball rankommen. Oh, was war das schon wieder? Nice Fail. Auf jeden Fall. Das war ein sehr schöner Pass. Könnte ich gar nichts machen. Könnten die damit aufhören? Ganz nett die toten Winkel anzuschirren, wo man nicht hinkommt. Ah. Ah, der kommt schön. So, jetzt aber. Weiss noch nicht was er macht. Solange du ihn nach innen spielst. Sehr schön, der Versuch. Ich komme an dem Team nicht vorbei. Jetzt habe ich ihn zumindest mitgenommen. Oh, der kommt schön. Oh, der Wichser. Viel hat nicht mehr gefehlt, dass ich den bekomme. Oh, nicht gut. Ja, ich glaube, die sind besser als die letzten. Oh, dass sie haben einfach mehr Glück. Okay. Es ist aber nicht wirklich unmöglich gegen die zu gewinnen. Nee, wir haben noch genug Zeit. Ich habe auch was 20 Punkte, also ich darf echt nichts sagen. Den habe ich dir noch schön hingelegt. Ja, aber ich habe den nicht wirklich schön. Und ich habe nicht genug Boost für den Ball. Sorry. Hätte ich zuerst auf dem Boost Show bist. Vielleicht sind sie doch etwas besser. Die anderen hätten den auf jeden Fall nicht gemacht. Die hätten gegen am Pfosten geschossen. Ja. Nein, der war wirklich alleine vom Tor und er hat einfach mal... Gegen am Pfosten geschossen? Zweimal oder dreimal? Ja, aber er hat ihn für uns gerettet. Ja, ja. Hat er auch mal gemacht. Oh, Zauberei. It's a kind of magic. Ich überlege gerade, woher ich das kenne. Weil es ein Deal von Queen ist. Wahrscheinlich. Ja, aber noch irgendwoher. Das habe ich auch gestern schon gesungen oder so. Im Stream von Basic in einem habe ich es auch gemacht. Weil ich dann dreimal hintereinander Magic Ball gespielt habe. Ja, der ist schön. Aber er ist gleich schneller. Oh shit, sorry. Und mich auch noch ausgespielt damit. Also an sich war die Idee gut. Ja, praktisch. Für mich nicht bekommend war. Ja. Ja, die zieht uns ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl. Oh. Das war mein schlechter Anfahrer. Hör! Wie er einfach verpasst hat und ich wollte ihm nur blocken. Im Ernst? Ich wollte blocken. Der läuft einfach daneben. Ja, okay. Aber das Rematch, das holen wir uns noch. Das letzte, das holen wir uns jetzt noch, okay? Ja. Das muss jetzt einfach drin sein. Und jetzt kommt Konori. Äh, ne, ich glaube nicht, dass der in Silver 2 oder 3 spielt. Ne. Wieso, ich bin Gold. Da spielt der auch nicht. Ja, spielt Platin. Okay. Oh ey, die Dinger. Was, der hat ja wirklich verpasst. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass der treffen wird. Mach schon. Das lege ich extra nochmal zurück, weil der kommt trotzdem noch dran. Ah, ich hab verpasst. Sorry. Oh, ich hab verpasst. Sorry. Ich auch. Oh. Oh. Das ist für mich, weil du ihn nicht überberührt hast. Das ist für mich, weil du ihn nicht überberührt hast. Der Winx da. Der war ein geiler Pass. Oh. 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 Oh, du hast ja Uma. Oh na, ich hab ja auch noch schwer! Dein Ups wurde zu nem Super-Trippling. Hat mir gefallen. In dem Moment war wirklich nur so Ups. Ich dachte schon die retümmeln dich jetzt. Ne, ne, ne. Mich kann man nicht ausdrümmeln. Ich hab ihn halb geblockt. Du hast ihn halb selber reingemacht. Geh weg. Ne, ne, ne. War alles so geplant. Und das? Ich dachte du wärst da und könntest ihn weiterspielen. Okay. Das ist schön. Aber ich hab gefehlt. Oh! Wie hat die denn jetzt nochmal so gut? Ah, der war nicht schlecht. Oh, den hat er nochmal getroffen. Da konnte ich nichts mehr machen. Ja. Da war's aber auch fast doof rauszugehen für den Ball. Na. Aber hat er gesehen, dass er hinterher fliegt? Ja. Ja, aber triffst du immer? Ne, nicht immer. Aber wenn ich's treff, dann bist du ausgespielt. Was zur Hölle tust du da schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. An sich ein sehr schöner Pass. Ja, meins. Achtung, der andere. Ja. Ja, und ich hab gefehlt. Ich war zu schnell für den Ball. Ich konnte nicht mehr runter bremsen. Aber ich ging auch eigentlich davon aus, dass du diese Parade bekommen wirst. Ich dachte aber nicht, dass er so den Ball tritt. Der hat dir das nach dir berührt. Ich hab' ihn gar nicht berührt. Ja, nachdem du vorbei warst, hat er den Ball erst berührt. Oh! Oh, ich dachte er ist drin. Okay, das wusste jetzt Rache hier. So, warum fährst du detamiert? Ja, weil du gebremst hast und verunsichert warst. Verunsichert war ich nicht. Ich wusste nur, dass ich den Ball so nicht bekomme. Ja, eben. Dann hab ich mir gedacht, dann nehme ich den Ball. Ich war eigentlich im Mittelfeld und bin da drüber gezogen. Und wo bist du? Ja, Mittelfeld, immer noch. Ich fahr eigentlich die ganze Zeit hier auf Mittelfeld Höhe. Solange ich nicht grad so einen Ball bekomme. Boah, so knapp. Wo warst du jetzt bei dem schönen Pass? Vorne beim Pass? Ja, aber schau, du hast auch zu lang gebraucht. So wie ich halt auch zu lang gebraucht. Oh, warte ja. Coming. Los, du hast 36 Sekunden. Aber nicht für die, ne? Oh, Mann. Das war jetzt nicht so die Glanzleistung, die ich mir gewünscht habe. So, seid lange mal wieder bei der Folge. Du hast noch nicht mal eine Rettung, also beschwere ich mich. Ja, weil ich das Spiel auch kaum im Tor war. Weil ich spiele was die ganze Zeit du im Tor. Und ich war die ganze Zeit eigentlich nur Mittelfeld. Okay, den hab ich nicht. Und ich schau, ich rette die ganze Zeit den Ball im Mittelfeld. Ich hab auch schon mehr, weil ich das Tor gerettet. Jetzt hab ich auch deine Parade, die zwei Stück sogar. Ja, klar, warum nicht? Drei Boost, yeah. Naja, Leute. Das war immer wieder eine klappte Niederlagefolge. Naja, zumindest nicht komplett dominiert worden. Aber gerade trotzdem nicht. Ich würd sagen, bis hier ist das nächste Mal in einer weiteren Folge. Bis dahin. Servus und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.